Hallo und willkommen beim kleinen Info-Vlog. Hier ist mein neues Paket. Ihr seht eine neue Site-Konsole für die alte, die hier kaputt ist. Ich muss noch gucken, welcher von den Steckern hinten für das Teil hier ist. Auf jeden Fall Lenkrad und so funktioniert noch. Nur die Seitenkonsole, dieser kleine Knopf hier, wo ich gerade drauf zeige, funktioniert nicht mehr. Wenn ich diesen Knopf drücken würde im Spiel, dreht sich alles. Das heißt, ich kann nichts mehr kontrollieren, auch nicht mit der Maus. Deswegen, naja, musste ich mir teuer sowas kaufen. Ich habe seitdem nur noch mit Tastatur gespielt. Auf jeden Fall, das wollte ich zeigen. Und ich sage jetzt, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich werde mein erstes Spiel mit der neuen Konsole zeigen. Und ich sage jetzt, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und gebt bitte einen Kommentar oder einen Like oder abonniert. Ich sage jetzt, tschüss.